Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, Herr, jetzt kommt in der Stunde unseres Tag. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist, gemenne dein, deine Frau, und gemenne dein, dein heiles Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, Herr, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist, gemenne dein, deine Frau, und gemenne dein, die Brut deines Leibes Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, Herr, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir.